Heute präsentieren wir Ihnen die neue einzigartige 63. Chanel Kollektion diesen Jahres. Wer unsere letzten 62 Kollektionen verpasst hat, hat nun exklusiv die Chance aufeinander abgestimmte Teile zu ergattern. Von Alltags, Business und Partystyle ist alles dabei. Hierzu haben wir für Sie auch die passenden Schuhe, die passenden Taschen, das passende Parfum, die passenden Möbel und sogar den passenden Hund. Und kaufen Sie schnell! Halt, Stopp! Jetzt rede ich! Was soll das alles? Dieses ganze Thema Fast Fashion ist der völlig falsche Ansatz. Immer dieser Konsum, dieses Up-to-Date-Sein, immer das Neueste tragen. Sobald es nicht mehr neu ist, alles einfach wegwerfen. Es sollten alle mal mehr nachdenken. Slow Fashion, Nachhaltigkeit und Zero Waste ist eigentlich der neue Trend. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020